Heute geht es um eins meiner Lieblingstools, das ich vor kurzem entdeckt habe und was euch ermöglicht, Markdown-Texte quasi einfach durch Statistiken zu verbessern. Das Ganze ist ziemlich cool und wir gucken uns jetzt mal an, wie das geht, ohne dass ihr Photoshop öffnen müsst. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wie gerade schon erwähnt, geht es heute darum, Schaubilder in eurer Markdown-Dokumentation zu verwenden. Wem es nicht sagt, Markdown ist eine sogenannte vereinfachte Auszeichnungssprache, die euch ermöglicht, ziemlich einfach Text und Inhalte zu formatieren, zum Beispiel die berühmte readme.md in jedem Git-Repository. Das sind einfache Dokumentationen, um einem Entwickler, der noch nie mit eurem Projekt gearbeitet hat, eure IT, euer System, eure Architektur besser erklären zu können. Hier sind natürlich Schaubilder extrem praktisch, um ein komplexes System vereinfacht darstellen zu können und das Tool, was ich euch heute vorstelle, namens Mermaid, ermöglicht euch das, mit Markdown einfach zu machen. Das Ganze ist sehr einfach, sehr easy zu nutzen. Es funktioniert fast überall, wo ihr Markdown nutzen könnt und deswegen gucken wir uns das heute mal an. Wenn ihr aber Fragen, Probleme habt oder andere Tools mal besprechen wollt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr ein Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community Join Fragen stellen, Fragen beantworten oder euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, gucken wir jetzt mal an, wie wir Markdown deutlich verbessern können. Los geht's! So wie immer starten wir das Tutorial natürlich mit ein bisschen Theorie und ein bisschen Quellenangaben. Wir sind hier auf der GitHub-Seite von Mermaid, natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, wie ein sehr spannender Artikel direkt von GitHub selbst. Das könnt ihr hier auch nochmal nachlesen, ist auch in der Videobeschreibung unten hinterlegt. Prinzipiell, worum geht es in Mermaid? Wenn wir hier mal ein bisschen runterscrollen, dann sehen wir, wir haben hier einfach Code. Dieser Code generiert uns dieses Diagramm und das ist natürlich nur ein kleiner Sneak Peek zu dem Eigentlichen, was Mermaid alles kann. Ihr findet eine sehr umfangreiche Dokumentation ebenfalls unten in der Videobeschreibung, weil wir schneiden heute verschiedene Diagrammtypen an. Ich möchte mal zeigen, wie man das alles so macht. Aber dieses Video ist viel zu kurz, um in alle Details einzugehen, die dieses Tool bietet. Aber es ist sehr leicht. Also wenn ihr irgendwelche extra Diagramme sehen wollt oder etwas Einstellungen machen wollt, dann müsst ihr euch einfach ein bisschen durch diese Dokumentation hier arbeiten. Dieses Video ist mehr so ein kleines, okay, es gibt ein richtig cooles Tool und so funktioniert es grob. Aber um Details zu sehen, zum Beispiel welche File-Typen es gibt oder so etwas, die werde ich jetzt nicht alle durchkauen können, weil das würde in diesem Video einfach nicht reinpassen. So, wie immer gibt es eine kleine Erklärung meines Supports. Ich habe hier Visual Studio Code mit meinem Standard-Team, also das, was ich mal selbst gebaut habe. Mermaid an sich funktioniert in allen gängigen Git-Lösungen, also GitHub, GitLab und so weiter. Aber um das direkt in Visual Studio Code anzeigen zu können, braucht ihr noch ein Plugin, nämlich Markdown Preview Mermaid Support und eine Videobeschreibung verlinkt. Außerdem würde ich empfehlen, Markdown Lint noch zu installieren. Das ist extrem praktisch, um direkt Vorschau von Markdown und allem, was damit zusammenhängt, in Visual Studio Code zu integrieren. Also diese beiden Plugins würde ich empfehlen zu installieren. Was brauchen wir sonst noch? Eine Readme-Datei, die öffne ich mal kurz. So, ich habe hier die Readme jetzt mal geöffnet und ich kann jetzt einfach hier draufklicken und sagen, ich möchte die gerne als Preview sehen. Das ziehe ich mir jetzt hier rein, sodass wir beides gleichzeitig sehen, den Code, den wir schreiben, sowie auch die gerenderte Demo. Das ist ganz praktisch zum Arbeiten. Wenn ihr das Ganze natürlich später in GitHub pusht, dann seht ihr direkt das Diagramm dort und müsst auch nichts weiter damit tun, um Mermaid nutzen zu können. Also das ist alles, was wir brauchen, aber wie gesagt, diese beiden Plugins sind halt wichtig. So, wir starten mal ganz einfach in Mermaid und wie kann man das jetzt schreiben? Prinzipiell brauchen wir hier erstmal einen einfachen Codeblock. Das machen wir mit drei dieser Anführungszeichen und dann sieht man hier in der Seite, wir haben hier schon einen Codeblock und wie ganz normal bei GitHub oder bei allen Dokumentationselementen mit Markdown können wir einfach die Syntax definieren, sagen hier Mermaid. In dem Moment erkennt jetzt dieses Plugin schon, dass es einen Syntax-Error gibt. Wir haben nämlich noch nichts definiert. Wir müssen jetzt sagen, wir wollen einen einfachen Standard-Graf. Es gibt ganz viele verschiedene. Wie gesagt, wenn ihr hier mal durch die Dokumentation geht, die unverlinkt ist, dann werden euch die, die ihr haben wollt, sicher schnell einfallen. Und wir können jetzt sagen, okay, wir haben ein Element, das nennen wir jetzt einfach mal D oder wir können direkt Datenbank schreiben und sagen jetzt, okay, das Ganze wollen wir jetzt verbinden mit dem Backend. Das kann man jetzt natürlich so machen, haben wir wunderbar verbunden. Das Problem ist, wenn ihr dieses Element zum Beispiel mehrfach ansprechen möchtet, dann müsstet ihr immer ewig lange Texte schreiben. Deswegen würde ich empfehlen, immer einen Buchstaben zu nehmen und dann zum Beispiel das hier in eckige Klammern zu packen. Dann ist das nämlich das Label, was da drin steht und man kann das mit D zuweisen. Wir können aber hier auch verschiedene Elemente benutzen. Zum Beispiel, wenn wir das auch noch in normale Klammern packen, dann wird das direkt zu so einer Datenbankform quasi. Und es gibt eine Vielzahl verschiedener Formen, die ihr wählen könnt. Die sind alle in der Dokumentation verlinkt. Die gehe ich jetzt nicht einzeln durch, weil ich denke, das kriegt jeder von euch hin. Sobald man möchte, kann man sich da halt die Sachen aussuchen. Wir wollen Backend auch ein bisschen anders formatieren. Zum Beispiel können wir das so machen oder wir können auch direkt sagen, okay, wir würden das gerne in so normale Klammern packen. Dann ist das mit so abgerundeten Ecken. Danach können wir halt hingehen und sagen, okay, wir wollen B jetzt verbinden mit einfach zum Beispiel FB. Und das packen wir in Klammern und sagen Frontend Web. Das ist unsere zweite Verbindung. Wir können natürlich B auch mit mehreren Sachen verbinden. Wir können zum Beispiel Frontend Mobile und sagen hier Frontend Mobile. In dem Moment habe ich hier schon eine wunderbare Grafik erstellt. In wenigen Sekunden und die ist interaktiv jederzeit anpassbar. Und für jeden Entwickler ist das hier ein Kinderspiel. Also das ist wirklich überhaupt kein Problem. Und es erklärt halt komplexere Systeme sehr einfach. Und deswegen kann man das super verwenden, finde ich persönlich, um solche Sachen darzustellen. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern wir können auch noch viel interessantere Sachen darstellen. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, nämlich Flow Shards. So, auch wie gerade in der Demo brauchen wir wieder einen Code Block. Sagen auch hier wieder, wir wollen ein Mermaid Diagramm erstellen. Kriegen natürlich auch wieder einen Syntax Error, weil wir noch nichts definiert haben. Und sagen jetzt, wir wollen einen Flow Shard erstellen. Ein Flow Shard ist quasi nicht wirklich kompliziert. Wir haben hier am Anfang auch wieder zum Beispiel ein Lock-In. Das ist unser Event, was wir triggern wollen. Und wir wollen hier zum Beispiel eine Dicklinie. Deswegen machen wir das mit so gleich und machen dann einen dickeren Pfeil draus. Und wollen das hier mit B kontrollieren. Und das ist unser Zustand Daten korrekt? Fragezeichen. Das ist der nächste Punkt. Dann von B wollen wir weiter. Zum Beispiel sagen wir, okay, wenn die Daten korrekt sind, das können wir definieren, indem wir hier zwei so gerade Strichen machen und einfach Ja da reinschreiben, dann können wir hingehen und sagen, okay, von B wollen wir zu C. Und C ist in unserem Fall Success, also war erfolgreich der Lock-In. Und wir können jetzt sagen, okay, von C geht es natürlich in unserem in Klammern positiven Durchfluss, gibt es ein Redirect. Und hier sagen wir zum Beispiel zu D. Und D ist einfach ein Dashboard. In dem Moment haben wir jetzt unser Flow Shard hier definiert. Wir haben ein Lock-In, dann wird kontrolliert, sind die Daten korrekt. Okay, ist korrekt. Dann geht es zum Success und wird redirected zum Dashboard. Dann ist es eingeloggt. Wir können jetzt natürlich noch einen zweiten Flow erstellen. Und zwar können wir sagen, okay, von B gibt es natürlich auch den Fall, dass es nicht erfolgreich war. Also es war nicht erfolgreich. Das machen wir mal anders mit so Strich, Punkt, Strich. Und können dann ein Pfeil definieren. Und haben hier dann quasi, nein, es ist nicht korrekt gewesen. Und haben hier D und D ist in unserem Fall ein Error. Jetzt haben wir so eine gepunktete Linie mit Nein. Und dann wird ein Error geschmissen. Und natürlich muss unser Error irgendwo hin. Das heißt, wir sagen D und sagen hier Punkt, Strich, Punkt. Und ein Pfeil draus machen. Und haben hier ebenfalls ein Redirect. Das kopiere ich mir mal kurz. Und gehen hier oben zu Lock-In. In dem Moment haben wir quasi einfach ein Diagramm erstellt, was unser Lock-In-Prozess verdeutlicht. Und dafür sind Flow-Diagramme extrem praktisch, dass ihr die halt alle mit so Pfeilen miteinander verknüpfen könnt. Und das ist extrem simpel aufgebaut. Ihr seht, es ist nicht wirklich schwer. Und es ist eine große Hilfe persönlich, wenn man so Verlaufs-Diagramme oder Abfluss-Diagramme wirklich darstellen möchte. Und es erklärt etwas viel, viel einfacher, als wenn ihr hier einen Absatz irgendwie Text schreibt, um diesen Prozess zu verdeutlichen. Aber natürlich ist das nicht alles, was Mermaid bietet, sondern es gibt noch weitere Diagrammtypen, die ich sehr interessant finde. Und die müssen wir uns jetzt auch noch angucken. Ein weiterer absoluter Standardtyp ist natürlich auch wieder ein Codeblock. Hier sage ich auch wieder Mermaid. Und in dem Moment sage ich jetzt, ich möchte ein Pi. Also ich wollte einfach ein Pi-Chart haben. Und dann können wir hier einen Titel definieren. Und ich sage zum Beispiel mal Test. Und hier können wir jetzt einfach sagen, Bereich 1 hat zum Beispiel 2. Dann gibt es Bereich 2. Das sind immer quasi die Label des Pi-Charts. Und hier sagen wir 5. Und dann gibt es Bereich 3. Und hier kann man sagen 10. Und dann hat man hier ein wunderbares Pi-Chart generiert. Zum Beispiel für die Aufteilung von irgendwelchen Verhältnissen oder so etwas. Und das finde ich extrem praktisch. Habe ich in diversen Projekten mittlerweile schon eingesetzt, um zum Beispiel zu verdeutlichen, wie wichtig bestimmte Grundlagen sind oder so etwas. Oder um einfach auf Summierungen zu machen für irgendetwas. Ist extrem praktisch, einfach zu verwenden und ist ganz nett, irgendwo einzubauen. So, die nächste Art von Diagrammen wird vor allem den Backend-Entwicklern unter euch gefallen. Und zwar können wir mit Mermaid auch ER-Modelle erzeugen. Das heißt, wir können sagen ER und dann Diagramm. Und hier können wir jetzt uns eine Tabelle festlegen. Zum Beispiel User. Mit geschweiften Klammern können wir jetzt die einzelnen Spalten der Tabelle festlegen. Zum Beispiel String Name oder String Vorname oder String Username. Oder sowas wie Int H. Natürlich ist das komplett freigestellt. Und ihr könnt auch die Art, wie das hier angezeigt wird, also irgendwelche Farben und Schriften, frei definieren. Steht alles in der Dokumentation. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil es nicht wirklich kompliziert ist. Etwa so schwer wie CSS. Wir können jetzt natürlich hingehen und das Ganze noch erweitern. Zum Beispiel besteht unsere Datenbank aus zwei verschiedenen Tabellen. Und wir ändern das jetzt mal kurz ein bisschen ab und sagen, okay, jeder Post hat einen String mit Title, ein Date und vielleicht irgendwas anderes noch. Ich lasse das jetzt mal so. Und wir können dann auch die Verbindungen herstellen. In unserem Fall wollen wir eine Verbindung herstellen, dass der User unendlich viele Posts erstellen kann. Da gibt es ganz verschiedene Syntaxzeichen für. In diesem Fall ist quasi die Syntax Strich, Strich, dann zwei Bindestrich. Und dann brauchen wir eine geschweifte Klammer, die geöffnet wird. Das ist quasi das Beziehungszeichen, um zu definieren, ein User kann N oder kann ganz viele Posts erstellen. In diesem Fall sage ich jetzt Post und will das Ganze noch beschriften und sage, okay, ein User kann ganz viele Posts erstellen. Das ist natürlich jetzt nur ein einfaches Beispiel, aber ihr seht, wie einfach das geht, um zum Beispiel Datenbanken oder so etwas für euren Service einfach besser auszuzeichnen, besser zu definieren und vor allem für den Nutzer viel erfassbarer zu machen als für Klammern, wenn man da jetzt Texte hinschreibt oder das Ganze irgendwie in einer externen Software als Bild generiert und das dann hochladen muss und solche Geschichten. Deswegen finde ich vor allem dieses ER-Modell bietet meiner Meinung nach den größten Nutzen in Dokumentationen, vor allem wenn man irgendwelche Backend-Services baut. So, das letzte Diagramm, was wir uns jetzt angucken möchten, ist das sogenannte Sequence-Diagramm. Und dieses Diagramm ist das meiner Meinung nach spannendste, aber es ist nicht so einfach zu verwenden beziehungsweise es ist am umfangreichsten zu definieren. Um das Ganze zu definieren, sagen wir als erstes, wir haben hier ein Sequence-Diagramm. In dem Moment gibt es einige Teilnehmer. In einem Sequence-Diagramm gibt es hier immer verschiedene Steps, die durchgeführt werden müssen und deswegen nennt sich das Ganze Partizipant. Und hier sagen wir zum Beispiel FE, das ist die Abkürzung as Web Frontend. Dann gibt es das natürlich mehrfach. Also wir haben das nicht nur einmal, sondern wir haben drei Teilnehmer. Und zwar haben wir hier auch noch BE für Backend und wir haben noch ein Aus-Service. Also wir können hier zum Beispiel sagen, Aus-Provider, zum Beispiel irgendein externer Dienst, der unseren Login managt. Wir haben ein Backend, was quasi die Kommunikation zwischen Frontend und dem Aus-Provider handelt. Und diese drei Steps haben wir. Diese drei Steps bestehen natürlich nicht nur aus diesen drei Steps, sondern die haben ja bestimmte Schritte. Zum Beispiel hat unser Frontend, greift in diesem Fall einfach auf unser Backend zu und sagt, ich möchte gerne anmelden mit Credentials. So. In dem Moment möchte quasi das Frontend sich anmelden. Man sieht das dann hier auch wunderbar verdeutlicht mit so einem Strich. Und in dem Moment sendet, okay, das Backend sendet dann, so das quasi an-aus, leitet die Anmeldeinformationen weiter. In dem Moment haben wir quasi einen zweiten Pfeil. Und was dann passiert ist, aus sendet etwas an das Backend, zum Beispiel respond mit Token. Also zum Beispiel geht dann zurück an das Backend, okay, hat alles geklappt, hat funktioniert und das Backend sendet dann etwas an das Frontend. So. Login wird erstellt. In dem Moment hat man hier jetzt quasi den Pfeil zurück und das ist unser Anmeldeflow in unserer Anwendung. Natürlich kann es jetzt den Fall geben, dass zum Beispiel unser Nutzer sich gar nicht anmelden kann, weil irgendwas schief gelaufen ist. Und dann kann man hier sagen, es gibt ein alternatives Szenario. Zum Beispiel nennen wir das jetzt einfach mal Credentials not found. Also unser Backend hat von unserem Frontend keine Informationen bekommen. In dem Fall kann man jetzt sagen, okay, das Backend sendet dem Frontend etwas. In diesem Fall sage ich BE zum Frontend. Und die Meldung, die wir da sagen wollen, okay, Passwort oder Benutzername nicht gefunden. Und wir müssen jetzt dieses Alt-Szenario noch beenden. In dem Moment sehen wir, hier wird so ein Kasten erstellt mit unserer Beschreibung, die wir hier oben vergeben haben und sehen jetzt hier, okay, das Szenario, Credentials wurden nicht gefunden, heißt, es wird ein Error-Code ans Frontend geschickt. Das kann natürlich nicht alles sein, sondern wir können hier auch noch Else-Abfragen erstellen und dann hier auch zum Beispiel sagen, okay, wenn die Daten vom Backend ans Frontend geliefert werden, aber diese Daten nicht korrekt sind, dann möchten wir gerne auch etwas senden. In dem Moment zum Beispiel Credentials sind nicht korrekt, dann sendet unser Ausprovider irgendeine Meldung zurück und dann meldet sich unser Backend natürlich auch beim Frontend. Und so könnt ihr relativ komplizierte Abläufe und vor allem so Inter-Service-Kommunikation sehr einfach verdeutlichen, finde ich persönlich. Deswegen kann ich es nur empfehlen zu nutzen und hier sich wirklich mal auszutoben. Ihr könnt das ziemlich customisen, was die Optik angeht, was Beschreibungen, was Formen angeht. Das ist wirklich, wirklich umfangreich und bietet einen unfassbaren Mehrwert, wenn man sowas in der Dokumentation hat, als wenn man sich da erst mal 20 Texte durchlesen müsste. So, das war es auch schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder Kritik habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social-Media-Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß. Und ciao.